Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin, der ich bin. Jahwe, Gott, Elohim. Ich bin immer da. Bin Alpha und Omega. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Bin in der Wüste der ersehnte Regen. Man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König. Bin dein Tröster und Erlöser. Dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte. Ich führe dich. Denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort. Und ein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Sehen. Ein starkes Verb, zwei Silben. Elf Bedeutungen sind im Duden zu finden. Heutzutage geht es hier auf Erden oft um Sehen und Gesehenwerden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren. Sich im richtigen Licht zu platzieren. Sich zu idealisieren, um dann herum zu stolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie sicherlich nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin. Doch das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Ich sehe dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz. Ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen. Sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf dem Arm. Sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir was gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit. Sehe deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und deinen Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich sehe, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen. Würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein und das wirst du immer sein. Von mir erdacht und gemacht habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht. Du bist von mir gewollt. Gehörst zu meiner Familie, meinem Volk. Du bist mein Fleisch und Blut, mein Hab und Gut. Ich habe mich geopfert für dich. Denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat. Von dir gibt es keine Kopie, kein Duplikat. Du bist wunder- und bedeutungsvoll. Und für das Protokoll, meine Liebe für dich ist grenzenlos. Dich sehe ich an und ich bin einfach nur sprachlos. Denn du bist ein Kunstwerk. Weißt du das? Du bist zwar nicht perfekt, aber weißt du was? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist engelsgleich. Du bist von so unschätzbarem Wert. Mein Kind, du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig, liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind. Dazu bist du bestimmt. Du bist mir nicht egal. Und ich sage es dir gerne noch einmal. Lerne zu begreifen und zu verstehen. Du wirst von mir gesehen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020